Hörn Sie mir kurz zu. Hörn Sie mir ganz kurz zu. Doch hier wird diese Spiele jetzt die ganze Zeit. Hörn Sie mir das nicht einmal ganz kurz zu. Es gibt jetzt eine Möglichkeit, dass Sie hier beschlossen durch die Straßen spazieren. Würde einen Verstoß darstellen, weil es Versammlungscharakter hat. Sie haben es versäumt, diese Versammlung anzuzeigen. Es bedarf dieser Anzeige der Versammlung. Und wenn Sie jetzt weiterhin geschlossen hier durch die Gegend laufen, müssten politische Maßnahmen ergreifen werden, die wir ja nicht wollen. Wenn Sie hier geschlossen zusammenlaufen, müssten Sie eine Maske tragen. Darf ich nicht. Werden Sie das nicht machen, werden Sie den Masken übertragen. Deswegen bitte ich Sie, die Maske aufzusetzen und sich zu vereinzeln. Und nicht beschlossen in den Boden, bereich die Weiterentwicklung. Und nicht bis zum Schluss in den Boden, bereich die Weiterentwicklung.